Am 03.04.2022 kam genau dieses Video heraus, wo ich über ein mögliches Short-Szenario gesprochen habe. Dort habe ich genau das hier im Video zu sehende eingezeichnet. Da ich nicht nur labere und zeige, was denn so möglich sein könnte, bin ich natürlich mit Knockout-Zertifikaten vom Broker Trade Republic in genau diesen Short reingegangen. Schauen wir uns jetzt einfach mal die aktuelle Lage im DAX 40 an und danach zeige ich natürlich meinen Trade, einmal den Kauf und natürlich auch meinen Verkauf, damit du siehst, wie viel Kohle denn dabei herausgekommen ist. Und was natürlich jetzt auch mega, mega, mega wirklich interessant ist, sind die Kosten von Trade Republic, die ich jetzt mit diesem Trade hatte. Denn ich habe jetzt endlich mal einen Trade, welcher drei Monate ging und jetzt auch mal die Haltekosten sichtbar werden. Und du wirst dich wundern, wie viel Kosten auf einen dazukommen. Danach werde ich dir einmal erzählen, warum ich in diesem Trade drin geblieben bin, denn das hat nicht nur was mit der Chart-Technik zu tun, sondern auch mit ein paar anderen Dingen. Am Ende des Videos möchte ich dir noch sagen, wie es jetzt weitergeht mit dem Selbstexperiment. Also unbedingt dranbleiben, bis zum Schluss. Moinsen Leute, ich bin's, Toni von Finanzen. Starten wir jetzt einmal mit dem aktuellen DAX 40. Dieses Bild kennt ihr jetzt schon relativ gut, zumindest war es so, wo ich das Video über den DAX 40 gedreht habe. Ich werde es mal hier oben verlinken, da könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Es sah jetzt so ähnlich aus, ich habe euch dort auch ein bisschen was mit eingezeichnet gehabt, wie ich denn so die, ja in nächster Zeit einfach die Lage eingeschätzt habe. Einmal die gelbe Linie hier oben und einmal die gelbe Linie hier unten. Seht ihr einmal meinen Einstieg und einmal meinen Ausstieg. Hier oben habe ich mir natürlich gedacht gehabt, folgendes. Und zwar einmal von dem Hochpunkt hier oben, einmal bis zum niedrigsten Punkt hier unten. Das war im Prinzip der Einbruch, wo es dann über den Krieg halt in Russland ging. Und ja, der Markt das natürlich hier auch wieder gespiegelt hat. Und da habe ich hier im Prinzip das Fibonacci Retracement reingezeichnet. Wir sehen hier das 61er, da sind wir dann auch einmal oben mit abgeprallt. Ich will das jetzt nicht ganz so ausführlich machen, denn wie gesagt, ihr könnt euch einfach das Video oben angucken. Ich bin als allererstes hier das erste Mal eingestiegen, habe mir dann im Prinzip hier oben dann auch nochmal eine Position aufgebaut. Also zwei Teileinstiege einfach, dass ich hier oben so einen bestimmten Durchschnittskurs dann einfach hatte. Ich habe es mir natürlich gedacht, weil hier natürlich ganz viele Widerstände dann entstanden sind und, und, und. Und mein absolutes Ziel war es, hier unten rauszugehen, habe ich heute realisiert. Heute ist der 30.06.2022. Ich muss dazu sagen, nicht ganz, weil ihr seht ja, ich bin kurz davor rausgegangen. Hat sich noch relativ wahrscheinlich als gut, ja, betitelt, weil jetzt hier der Kurs wieder ein Stückchen nach oben gegangen ist. Es könnte vielleicht sogar noch ein Hämmer werden, also dass vielleicht das Signal wieder nach oben kommt. Aber das war mir jetzt erstmal relativ, denn ich bin jetzt hier unten raus. Ich werde das dann auch nochmal, wie gesagt, besprechen, meinen Kauf und Verkauf. Leute, ich bin halt ziemlich lange drin geblieben, auch wenn ich immer wieder hier oben dann auf Plus, Minus, Null gelaufen bin. Hier oben war ich, glaube ich, sogar kurzzeitig im Minus und ich glaube bei 15.500, also im Prinzip ein Stückchen weiter hier oben drüber bei den ganzen Widerständen, die hier im Prinzip entstehen, habe ich meinen Stopp gehabt und natürlich bin ich hier immer wieder relativ nah rangekommen. Aber ich bin konstant dran geblieben an der ganzen Sache, denn mir waren einfach bewusst, dass jetzt hier auch der 200 gleitende Durchschnitt kommt, hier dann oben auch schon mehrfach einmal abgeprallt ist. Und das ist eigentlich in der jetzigen Situation, wo wir uns befinden, eigentlich nur nach unten gehen kann. Ich war davon mega überzeugt und Punkt aus, es ist so passiert und ich bin jetzt hier raus und ich habe einen Gewinn. Aber was genau ich für einen Gewinn habe, das zeige ich dir natürlich jetzt. Und somit kommen wir einmal zu meinem Knockout-Zertifikat. Das war, wie schon gesagt, ein Short auf den DAX. Ich habe einmal zu einem Preis von 19,23 Euro pro Anteilsschein gekauft und das 30 Stück und das sind also 576,90 Euro plus natürlich den 1 Euro Fremdkostenzuschlag. Dann habe ich nochmal für 16,33 Euro pro Schein nachgekauft und das 10 Stück für 163,30 Euro plus auch hier wieder den 1 Euro Fremdkostenzuschlag. Unbedingt, wirklich Leute, unbedingt dranbleiben, denn die 2 Euro Kosten waren mit Abstand, mit wirklich mit Abstand nicht die einzigen Kosten. Macht somit zusammen 742,20 an Knockout-Zertifikaten. Ihr merkt schon, es wird ja so langsam immer mehr die Kohle. Kommen wir zu dem Verkauf. Verkauft habe ich alle Anteile am 30.06.20, also heute, wo ich das Video aufnehme, zu einem Stückpreis von 25,81. Und das macht zusammen 1.032,40 Euro minus den 1 Euro wieder. Macht also einen Gewinn von 290,20 Euro. Klar, da kann man sich jetzt natürlich erstmal freuen. Hm, naja, aber kommen wir jetzt nun mal zu den gesamten Kosten. Auch hier zeige ich euch transparent alles ganz genau. Gut, kommen wir zu den Kosten. Kauf, wie gesagt, 30 Anteile zu 576,90 Euro. Hier auf dem Zettel, was ich euch einblende, der Kosteninformationen, die du immer zu dem Kauf mit dazu bekommst, steht Gesamtkosten für dich im Zeitablauf und Auswirkungen auf die Rendite im Jahr des Wertpapierverkaufs. Das seht ihr, wie gesagt, dort unten. Ich blende euch das ein. Also, im Prinzip 143,37 Euro, was dort drin steht, ja, mal 0,25 Euro. Warum mal 0,25 Euro? Weil ich drei Monate drin geblieben bin und das, wie gesagt, aufs Jahr sind 0,25 und das sind dann 35 und 84 Cent Kosten für im Prinzip einen relativ großen Trade mit den 576 Anteilen. Dann habe ich ja im Prinzip nochmal 10 Anteile gekauft für 163,20. Wie gesagt, ich habe das ja aufgesplittet gehabt. Hier muss man dann unten, ich blende euch das auch nochmal ein, die 48,46 mal 0,25, also dasselbe, drei Monate. Heute 12,12 Euro kosten und das jetzt beides im Prinzip, somit ergeben sich dann auch jetzt hier Kosten in Höhe von, also zusammengerechnet in Höhe von 47,96 für drei Monate. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Drei Monate gehalten die Kohle und damit natürlich auch spekuliert. Klar, es ist was Spekulatives und das ist meistens halt relativ teuer. Aber das mit diesen Euro-Kauf und Verkauf könnt ihr vergessen, wenn ihr das länger hält. Hier kommen, wie gesagt, 47,96 für drei Monate. Da habe ich erstmal auf alle Fälle schlucken müssen. Wenn wir den Kaufwert der 40 Anteile zusammenrechnen, kommen wir auf 742,20 und davon 44,84 Prozent Rendite. Ich blende euch das ein, nehmen, dann komme ich auf 1075,32 Euro. Ja, aber bekommen habe ich, ich zeige es euch auch nochmal, 1031,40. Macht somit einen Unterschied von 43,92, was meine wirklichen Kosten jetzt sind. Weil ich brauche das eine bloß gegenrechnen, relativ simpel. Vorhin meinte ich ja, dass es Kosten von 47,96 Euro sind, aber dies war auf drei Monate gerechnet. Es waren aber nicht ganz drei Monate, sondern weniger. Deswegen ist es hier einfach jetzt mal vier Euro weniger. Aber so könnt ihr relativ schnell herausfinden, wie teuer der ganze Spaß eher wird. Aber man weiß natürlich auch nie, wie lange der Trade geht. Also plant einen, umso länger ihr das Zeug haltet, umso verdammt teurer wird es auch. Also komme ich jetzt zu meinem Fazit, dass ich nicht mehr meine Trades so lange halte. Check. Warum bin ich in diesem Trade drin geblieben, obwohl er mehrfach wieder weit gestiegen ist? Ich denke, fast jeder von euch kennt die aktuelle Lage. Hier in Europa nicht ganz so weit weg tobt ein Krieg, was viele Unternehmen erstmal Angst macht. Zudem werden Gas oder Öl oder sonstige Rohstoffe immer teurer, was die Marge für viele Unternehmen stark drückt. Durch die hohe Inflation möchten dann aber auch immer mehr Arbeiter, mehr Lohn, was wiederum die Kosten für viele Unternehmen nach oben rauschen lässt. Dann kamen immer wieder neue Informationen raus, wie die zweite Stufe des Notfallplans Gas, wo jetzt kaum ein Unternehmen weiß, ob das Gas im Winter reichen wird. Durch die hohe Inflation reagieren viele Notenbanken jetzt mit steigenden Zinsen, was wiederum Geld teurer macht und viele verschuldete Unternehmen damit immer größere Probleme bekommen. Wenn du mehr zu diesem Thema Zinsen wissen möchtest, verlinke ich euch hier oben auch gerne mal ein Video einfach reinschauen, damit ihr dort auch einen Durchblick bekommt. Das alles und noch viele andere Dinge haben mich einfach zu dem Entschluss gebracht, dort drin zu bleiben in diesem Trade. Im Nachhinein ärgere ich mich sogar, dass ich nicht mit mehr Geld reingegangen war. Es waren für mich so viele Faktoren auf Short gestellt, dass ich einfach Recht haben wollte und deswegen die knapp drei Monate gewartet habe. Kann es jetzt weiter runter gehen? Klar kann es das, aber es kann jetzt auch gut wieder steigen. Mir ist es jetzt völlig erstmal egal, da ich aus dem Trade raus bin. Wie soll es jetzt mit dem Selbstexperiment weiter gehen? Nun ja, da ich jetzt drei Monate in dem Trade drin geblieben bin und ich sonst keinen Trade eingegangen bin, will ich das Selbstexperiment einfach verlängern. Wie lange weiß ich noch nicht, aber ich lerne dabei immer immer mehr und es macht mir einfach verdammt Spaß zu traden. Kurzum, es geht weiter und ich möchte für euch noch mehr Analyse in diese Videos hineinpacken. Was ich damit genau meine, wirst du in meinen neuen Videos über das Thema hier erfahren und natürlich auch sehen. Da jetzt drei Monate um sind und ich erstmal schauen muss, wo denn meine Tabelle ist mit den bisherigen Trades, werde ich den Gewinn von 290 Euro beim nächsten Video mit hineinpacken. Ich habe mir das letzte Video einfach mal angeschaut und da war ich bei 1208 Euro ein paar zerquetschten und somit jetzt bei 1498 Euro im Plus. Also knapp 1.500 Euro. Das soll es jetzt aber auch erstmal gewesen sein und ich wollte euch hier und jetzt nur sagen, es geht weiter. Bleibt mir weiterhin gesund und bis bald, euer Toni von Finanzen.